So, so sitze ich nie hier. Ich hab... ... immer schlechte Laune. Ich konnte ja schlecht dazwischen ne Pause machen, oder? Ähm, nein, ich hab keine schlechte Laune, so ist es nicht, aber... ... guckt euch das an. Das ist zum Verzweifeln bisschen... bisschen arg. Mein Tänchen, yay! Los, wir merken jetzt mit Wasser. Ich hatte eigentlich vor, heute nur Zweifel, um den ganzen Toro-Mann aufzunehmen. Aber nein, natürlich nicht. Wir werden es halt rein. Oh cool, das hat mich geküsst. Oh, ja... Ach komm. Komm, verletz dich selber. Wey! Jetzt hat's ja ein paar Wesen... ... sehr gut, oder? Ja, super, Ello! Guck mal, jetzt sind wir schon Level 14. Ist das nicht toll? Ich hab keine Ahnung, wie du gegen den funktionierst. Also, ob überhaupt Schaden... Naja, na gut, das hat hier gerade schon wieder ganz vergessen. Geh mal hin, du triffst! Ey, du machst sogar mal Schaden! Was ist das? Ja, schön. Ach, du bist ja... Och, Mann! Eck! Also, irgendwie ist das süß! Ach, übrigens, Hello, das Mädchen nach Tamatschau. Wir brauchen uns! Mega! Ach, wie süß! Okay. Ob ich Lett überlebe, hab ich keine Ahnung. Yay! Einmal Wasser drauf! Oh. Ja, schön. Dachte ich mir. Was? Was? Oh, 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 oh! Oh, das gefällt mir. Hm. Das wird ihm nicht viel Schaden machen, oder? Nein. Wird's nicht. Hey, immerhin ist bei dir irgendwas runtergefallen. Ja! Haha! Ich weiß zwar nicht was, aber es ist runtergefallen. Haha! Los, Hello! Aquaknare! Hello, du bist mein Lebensretter! Nochmal! Nein! Egal! Los, nochmal! Geil! Nochmal! Geil! Das Ding hört sogar auf mich. Yeah! Wir haben Raku geschafft! Wir sind toll! Hello, das ist Level 15! Soweit ich mich erinnere, entwickelt sich. Was ist denn daran der... Ach, egal. Wir brauchen beides nicht. So. Yay! Ähm... Ja, schön. Es interessiert mich recht wenig, was er da labert. Aber... Auf jeden Fall, wir haben ihn geschafft, obwohl ich nur leveln wollte. Aber hey! Warum nicht? Hey, wir haben wieder Geld. Ja, Suppi. Ja, Suppi. Ja, Suppi, 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 Suppi. Suppi, 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 Suppi. Nein! Danke. Okay, wir haben Raku geschafft. Das finde ich doch mal toll. Dann können wir es jetzt auf so einen Mondberg machen. Yay! Und hinter dem Mondberg wären wir endlich bei... Na gut. Nach Mystic kann ich endlich Remilia fangen. Da habe ich endlich drei Toast. Und dann weiß ich auch nicht, wie wir die fangen wollen. Also, auch da rein. Und einmal. Ja. Danke. Danke. Doch, ich weiß noch... Ich will Yomo, glaube ich. Ich glaube, ich hole mir noch einen Yomo. Ich weiß es aber noch. Mann, ich weiß... Ich bin... Ich bin so unentschlossen. Ich bin unentschlossen. Mann! Ey, du! Oh, du hast du... Yeah! Yeah! Ja, endlich! Danke! Danke! Oh Gott! Guck dich das an! Ja! Nein! 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 Ich geh weg! Endlich! Wir können uns schneller bewegen! Achso, ich habe dich angeguckt. Nein, habe ich nicht. Mhm. Oh, nein! Ein Mystia! Süß! Guck mal, ich habe einen Tamatcha! Guck mal! Guck mal, es pfundet ein Mystia! Das hört sich irgendwie komisch an. Es pfundet ein Mystia! Pfund! Yay! Yay! Guck mal, ich habe immer noch einen Tamatcha! Und es pfundet ein Mystia! Immer noch! Siehst du das? Geil! Ach, so süß aus! E-de-de-de-de-de! Die Musik lädt zum Singen! Nein, nein! Dann, ich hab ne Aufung und ein Lied in meinem Kopf! Yo! Hey! E-m-e-re-Theme-Songs auf diesem! Ein Giet auch! Und ja! Wenn er schon... auch Tohu spielt... Warum singt er es da nicht mal?! Ja! Ich hab nichts gesagt! Okay, hallo. Oh, ein süßer Ass. Komm, spring mit Space. Yay, super gemacht, Rebu. Aua. Du hast mich tot. Yay. Yay, wir sind Level 18. Okay, ich hab keine Ahnung, Rebu, sie ist auf 20, 18 und 22 entwickelt. Irgendwo da müsste sie sich entwickeln. Aber ich hoffe, bitte schon auf 18. Nicht, weil sie dann süßer aussieht, das stimmt mir nicht. Aber weil sie dann endlich mal ein bisschen stärker ist. Und jetzt hau noch das Sunny Milk plat, bitte. Mist. Du sollst meinen Rebu nicht anfeuern. Das ist wirklich so ein gewisser Augenwitze. Hm. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen. Und? Yay. Guck mal, wie süß es ist. Gleich nicht mehr. Gleich guckt es nicht mehr so süß. Gleich hat's irgendwas in der Hand und wischt euch alle weg. Zebra, wischt euch weg an der Stange. Okay. Mein Gott, mein Tamacan wurde zu allem Rebu. Scheiße. Ich geb mich kurz ein. Jetzt. Jetzt hab ich kein Tamacan mehr. Tamacan wurde umgebracht. Egal. Einmal heilen, bitte. Umsonst. Dankeschön. Ja, okay. Ich drehe gerade total am Rad. Und auf zum nächsten Trainer. 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 Wow. Okay. Oh mein Gott, ein Chimihina. Tamacan. Und? Egal. Ist tot. Oh mein Gott, ein Mystia. Nein. Nein, kein Mystia. Ach so, ein Riggle. 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 Für mich ist das ein Junge. Voll süß. Nein. Das konnte ich mir nicht antun. Riggle, ich liebe dich. Oh Gott. Ich lebe Riggle. Aber als es auf der letzten Entwicklungsstufe war, bei meinem ersten Spiel, muss ich zugeben, es ist doch ein Mädchen. Leider. Und was ist mit dir? Ich töte dich, wenn du Riggles hast. Ich bring dich um. Niemand vergewaltigt. Bei den armen Riggles. Tut mir alle leid. Mein Lunachal. Das bring ich gerne um. Durch Tamacan. Mann, du darfst Lunachals verkloppen. Yay. Das hast du toll gemacht. Okay, was hast du noch für mich? Ih, das ist hässlich. Du darfst es auch verkloppen. Finde ich gut. Weißt du, dass du siehst. Raimu. Also Tamacan. Also. Oh Mann, ihr wisst, was ich meine. Und ein Sunny-Milk. Das darfst du von mir so verkloppen. Warum hat das eigentlich gelbe Augen? Nur mit Haare gelb sind. Warum ist unten so ein Krich bei mir im Haus? Warum habe ich Angst, dass gleich irgendjemand hier hochkommt? Warum magst du nicht das Yamame verkoppen? Was soll denn das? Guck mal, das kann sich doch nicht wehren. Du musst einfach nur darauf loskloppen. Ja, hast du toll gemacht. So. Okay. Nein. Ich wollte doch eigentlich nur kurz zurück rein, weil die Zeit nicht mehr für einen nächsten Kampf reicht. Ähm, Leute. Das dürft ihr mir jetzt nicht übernehmen. Speed-Taster for the win. Aber ich möchte... Danke. So. Ach, jetzt muss ich mit 4 auch noch heilen gehen. Leute, während ich auf dem Weg zum Heilen bin und vom Pokémon Center durch Gisterke gehe ich dann noch schön mein Toho heilen, abspeichern und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.